Glück auf Schalker und herzlich willkommen hier auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Es steht eine englische Woche an für die Königsblauen. Drei Tage nach dem 13. Heimsieg gegen Nordrhein-Westfalen ist Schalke 04 in der zweiten Runde des Pokals beim TSV 1860 München gefordert. Gramozis nennt den Einzug ins Achtelfinale als klares Ziel, betont aber gleichzeitig, dass die Aufgabe am Dienstag, Anstoß ist ja um 18.30 Uhr, alles andere als einfach werde. Wir haben den Anspruch, gegen eine Mannschaft, die eine Liga unter uns spielt, weiterzukommen, sagt der Chef drin der Königsblauen, der unter Flutlicht im Stadion einer Gerünenweiter Straße eine richtige Pokalsphäre mit allem, was dazu gehört, erwartet. Die Münchner werden alles raus und uns keinen Millimeter Platz schenken, prognostiziert der 43-Jährige. Darauf sind wir aber vorbereitet. In der ersten Runde des Wettbewerbs konnten ja die Löwen bereits ein Zweitligisten bezwingen. Nach Elfmeterschießen gegen Darmstadt 98 hieß es 5 zu 4 für die 60er. Nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung hat es 1-1 gestanden und das ist in diesem Jahr so etwas wie das Standergebnis des TSV. Denn gleich sieben Spiele in der dritten Liga endete mit diesem Resultat. Die Münchner haben zuletzt sehr, sehr häufig unentschieden gespielt. Viele dieser Spiele hätten sie aber auch für sich entscheiden können, sagt Gramozis, der den Gegner als Team charakterisiert, das Fußball spielen will. Unentschieden spielten ja die Königsblauen in den vergangenen Wochen gar nicht. Zuletzt feierten die knappen 4 Siege in voller Folge, allesamt zu 0. Diesen Schwung möchte Gramozis auch mit in die bayerische Landeshauptstadt nehmen. Gerade die Momente am Samstag nach dem Sieg gegen Dresden hätten sehr gut getan, erklärt der Fußballlehrer. Die Stimmung nach dem Spiel überragend. Die Mannschaft hat den Sieg mit den Fans gemeinsam sehr genossen. Das Zusammenspiel zwischen den Anhängern und den Spielern war hervorragend. Gleichzeitig betont Gramozis, dass an der Mannschaft trotz der jüngsten Positivserie keinen Schritt weniger gehen dürfe. Wir bekommen nichts geschenkt. Für jedes Erfolgslebnis müssen wir halt arbeiten. So wird es auch in München sein, weiß der Cheftrainer. Im Stadion in der Grünwalder Straße könnte es vielleicht auch dazu kommen, dass Gramozis ein bisschen rotieren wird, da ja bereits am Freitag mit dem Zweitligarspiel bei Heidenheim die dritte Partie innerhalb von sechs Tagen ansteht. In die Karten schauen lässt sich Gramozis aber nicht, denn zur Aufschlung äußere ich mich im Vorfeld der Spieler grundsätzlich nicht. Wir müssen bei den beiden Anständen spielen eine gute Mischung finden und wollen maximal erfolgreich sein. Wir fahren nicht nach München, um irgendwas auszuprobieren. Der Kader, mit dem der Königsblaue Tross Richtung Süden aufbrechen wird, dürfte sich gegenüber dem abgelaufen Wochenende nicht großartig verändern. Dominik Drexler, der gegen Dresden ja mit einer Fleischhunde passen musste, könnte wieder zum Team stoßen. Gramozis sagte dazu, die Wundheilung ist besser, zumindest für das Pokalspiel könnte es aber knapp werden. Also, Gramozis hat jetzt mal ausführlich über das anstehende Pokalspiel gesprochen. Ich denke mal, unsere aller Erwartung ist natürlich ein Sieg. Es wird sicherlich aber auch nicht einfach und ich gehe jetzt erst recht nach den Aussagen auch nicht davon aus, dass so richtig wirklich rotiert wird, höchstens ein, zwei, drei Änderungen, wenn überhaupt. Aber da könnt ihr mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Denkt ihr, Gramozis stellt um, sehen wir ein, zwei andere Spieler und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker! Vielen Dank!